Egal ob in der City oder im Gelände, der neue X5 macht überall eine super Figur. Ich fahre jetzt mit Begeisterung endlich mal ein Auto, von dem ich weiß, dass da hinten nichts mehr rauskommt. Kein Gestank, kein CO2, nichts. Großartiges Gefühl. Es ist deswegen ein Durchbruch, weil die BMW E-Fahrzeuge speziell für Elektromobilität entwickelt sind. Deshalb sprechen wir auch gerne von Born Electric. Wir haben zwei unterschiedliche Antriebe. Das heißt, wir haben einmal den verbrennungsmotorischen Antrieb. Das ist bei uns hier auf der Hinterachse der Fall. Dann haben wir einen elektromotorischen Antrieb für das urbane Umfeld. Mobile Endgeräte gehören mittlerweile zur Lebenswelt unserer Kunden. Und somit ist unser Anspruch, unseren Kunden diese Dienste auch perfekt ins Fahrzeug zu integrieren. Und er hat es, dass man die Dienste auch nicht mehr auf den processeden Notfall те, dass ich es nicht mehr wünsche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020